Musik 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 Was? Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu oder so. Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu. Das Licht, der Wald, als ob das alles schon mal passiert ist. Ich bin du. Jeder Stein ist wieder da, wo er hingehört. Jeder an seinem Bestimmungsort. Ich bin du. Jetzt fehlt nur noch ein kleiner Schubs. Wer sind Sie? Mein Freund. Bin ich verrückt? Existieren Sie wirklich? Oder sind Sie wieder so eine Warenvorstellung eines Bekloppten? Kennen wir uns? Nein. Aber ich kannte deinen Vater. Ja. Das ist eine Warenvorstellung eines Bekloppten. Das Leben ist ein Labyrinth. Manche irren darin bis zu ihrem Ende herum und suchen nach einem Ausweg. Dabei gibt es nur einen Weg und der führt immer tiefer hinein. Was hast du da oben gemacht? Was hast du denn da oben gemacht? Machst du allein? Ne. Ich hatte noch meinen unsichtbaren Freund dabei. Bist du bescheuert? Was? Ich will wissen, was du da oben gemacht hast. Ich habe euch an der Schule geholfen. Wie über die Höhlengeräte. Kann ich dir vertrauen? Also, wenn ich dir jetzt ein Geheimnis verrate, kann ich dir vertrauen, dass du es keinem anderen weitererzählst? Kann ich dir vertrauen, wenn ich dir ein Geheimnis verrate? Kann ich dir vertrauen, dass du es keinem weitererzählst? Ja, klar.